Herr Präsident, verehrte Kollegen, völlig klar ist, bestehende Gesetze sind mit konsequent anzuwenden und der Rechtsstaat mit Nachdruck zu verteidigen. Dafür steht die AfD. Nur linke Hetzplattformen wie Indymedia bleiben heute unangetastet. Und es versagt der Staat und auch zum Entsetzen vieler Bürger draußen, auch bei der Bekämpfung zum Beispiel von kriminellen Ausländern, Alamiri, wo der Staat völlig versagt bei der Ausweisung oder des Unwillen des Staates, seine Grenzen zu schützen. Währenddessen haben hier etliche der Redner Hate Speech im wahrsten Sinne des Wortes auf ihren Lippen. Am meisten aber erstaunt die Ruhe mit der einschneidende rechtliche Änderung von der Gesellschaft, von Medien und Politik quittiert werden. Dabei ist die Erosion unserer freiheitlichen Demokratie nicht zu übersehen. Mit Worten beginnt es. Etliche Städte haben hierzulande den Klimanotstand erklärt. In der letzten Woche erfolgte in Dresden der Nazinotstand. Nun könnte man meinen, dass gerade mit dem Wort Notstand ein sensibler Umgang angebracht wäre. Notstandsgesetze führten nach Weimar direkt in die Nazidiktatur. Das berüchtigste, das Ermächtigungsgesetz vom März 1933. Danach wurde das Parlament für die Mitwirkung der Gesetze obsolet. Notstand spaltet die Gesellschaft. Nach Ihrer Definition ist gerade das Hate Speech. Warum tun Sie nichts gegen diese Hassrede? Na klar, Sie nutzen die von Mitte bis ganz links. Und in den demokratischen Ländern bedeutet Notstand in der Regelung die Verkürzung des Rechtsschutzes gegen staatliche Maßnahmen. Wir ahnen, was hier vorbereitet wird. Verbote, die die Einschränkung der bürgerlichen Gegenwehr bedeuten. Die Nutzung von privaten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, das Bewohnen von mehr als einer noch festzulegenden Anzahl von Quadratmetern Wohnraum, das Heizen mit fossilen Energieträgern, die Erhebung von annähernd kostendeckend oder gar renditorientierten Mieten, die Ermöglichung des Einbruchs gegen Windparks vor meinem Haus, die Anspruchnahme von Meinungsfreiheit und Bürgerrechten. Und all das und noch viel mehr kann unter Umständen wegfallen. Natürlich nur alles im Sinne einer guten Sache, die ebenso natürlich von links definiert wird. Wer dagegen spricht, spricht Hassrede. Bislang landete er dann auf der Medienmeldeplattform eines Herrn Böhmermann. Doch jetzt hat Herr Haldevang den TV-Clown Böhmermann abgelöst. Durch den Bundesverfassungsschutz wurde eine staatliche Melde- und Initiationshotline eingerichtet. Dort erfolgt wie zu finstersten Zeiten die Bürgerbespitzelung. Das kommt davon, wenn man einen Mann mit Rückgrat wie Herrn Maaßen durch einen willfähigen Bürokraten ablöst. Der Tatbestand Hassrede ist bewusst unbestimmt gehalten, weil man erkannt hat, mit dem Vorwurf der Verleumdung über Nachrede, Beleidigung oder gar Volksverhetzung ist dem freien Denken und Argumentieren der Bürger nicht beizukommen. Wenn sich aber Nachbarn nun gegenseitig anzeigen können, sogar anonym und damit für den Demonstranten folgenlos, haben viele der roten Socken und der überlebenden Nazi-Spitzel und weiterer viel erreicht. Und weil diese Inquisition links ist, ist aus Ihrer Sicht alles Hassreden als rechts zu sehen. Und genau das ist Ihr Denkfehler. Denn von Professor Nadine Strossen, die ehemalige Vorsitzende des American Civil Liberty Union, argumentierte, sei die Reaktion auf Hate Speech in der EU vollkommen falsch. Und ich zitiere hier, egal wie gut gemeint, in der Praxis ist das Verbot von Hate Speech bestenfalls wirkungslos, im schlimmsten Fall kontraproduktiv. Frau Strossen erklärt, Hass ist eine Emotion. Es gibt kein allgemeingültiges Konzept der Hate Speech. Und weiter, in der westlichen Welt erscheint der grundlegenden Zusammenhang zwischen Meinungsfreiheit und allen anderen Freiheiten in der Gesellschaft vergessen worden zu sein. Weg mit der Redefreiheit bedeutet weg mit der freien Gesellschaft. Und das ist definitiv nicht im Sinne der Bürger. Und dagegen wenden wir uns als AfD. Im Übrigen, ich kann nur sagen, die Herren Lindner und de Maizière haben ja bereits Erfahrung mit, was passiert, wenn man die Büchse Pandora der Linken überlässt. Hate Speech ist im Übrigen ein politischer Begriff und kein juristischer. Dementsprechend ist die Definition politisch beliebig. Und es geht Ihnen hier um ein Machtmittel, um nicht mehr. Denn ansonsten würden Sie gegen, und ich zitiere hier wiederum, in dem Falle Hate Speech wie Faschist, Pack, Ratten oder aber Nazi-Drecksau oder aber, was auch den, liebe eine Kollegin von den Grünen passiert ist, Drecksvorzüge in dem Fall auch anders einschreiten. Hier ist ganz klar in dem Falle ein ganz klarer Hinweis. Hate Speech ist ganz klar etwas anderes als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Hier geht es um eine politische Kampagne. Und wir stehen für die Freiheit der Bürger und gegen politische Kampagne gegen den Falle, gegen diese von Ihnen inszenierte Hexjagd und das Abwürgen von konservativen Meinungen im gesellschaftlichen Kontext. Wir brauchen kein Wahrheitsministerium. Vielen Dank.